Aufgrund unserer Situation mit der Corona-Krise sind wir leider gezwungen, unseren Platz für die nächste Zeit zu schließen. Das heißt aber nicht, dass wir unsere Firma schließen, sondern wir schließen nur unseren Platz für unsere Privatkunden. Wir möchten gerne unsere Privatkunden, unsere Mitarbeiter schützen, sind jederzeit für sie da, telefonisch erreichbar. Sie können bei uns Material bestellen und wir liefern es dann nach Hause, gar kein Problem. Die ganze Wesermarsch wartet auf euch. Wir brauchen euch, kauft nicht unbedingt im Onlinehandel. Wir hoffen, dass bald alles gegessen ist mit dieser Krise und hoffen, dass wir euch persönlich bald wieder auf dem Platz begrüßen dürfen. Bleibt gesund. Die Firma Böckhoff wünscht euch alles Gute. die Firma Böckhoff wünscht euch alles Gute, wenn ich folgene. Vielen Dank.